Dann waren wir hier noch nicht? Doch, da waren wir doch, da sind wir hergekommen. Was? Morgen Jungs und Mädels. Eine weitere Episode. Wir spielen heute mal eine Zuschauer-Map, die wir von, ich habe vergessen von wem. Gute Frage. Und, wo ist denn die Map? SCP Heil, da oben. SCP Hell. Wieso steht da oben nicht? Hell? Ach Hell, Heil. SCP Heil. SCP Heil. Ja, ich habe eine Beschreibung von wem die Map ist. Auf jeden Fall seine erste Map, die er gemacht hat. Achso, nein, er hat auch ein Update geschickt. Ja, es ist die erste, aber der hat mir ein paar Sachen gefixt. Okay. Die erste Map von dem halt. Start. Start. So. Start der SCP Heil. SCP Heil. Wir haben auch wieder Zuschauerfragen. Schon eine etwas ältere Frage. Jetzt suche ich sie gerade. Das war ein kleines Problem mit meinem Garage. So ungefähr. Wieso sagt einer von euch Morgenjungs, wenn es Abend ist? Ja, das ist eine gute Frage. Und das wollte ich auch schon öfter erklären, aber habe es immer wieder vercheckt. Und zwar habe ich einen rumänischen Arbeitskollegen auf der Arbeit. Logisch. Und der begrüßt uns immer früh, wenn er ins Büro kommt mit Morgenjungs. Und da hat er so einen coolen Akzent dabei, finde ich. Das klingt halt immer so cool von dir. Und deswegen sage ich das halt jetzt auch. Du Nachahmer. Kurz erklärt. Ich sage auch am Abendmorgenjungs. Was ist das denn da? So falsch. Achso, das kackt von der Woche. Das ist Sau-Dinko, Alter. Hat er einen Startraum? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt erstmal hier die Windschlange über. Also die Map soll angeblich die Nahe 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 in der Hölle sein. Und ich glaube sie ist auch relativ groß. Das ist jetzt ziemlich eintönig. Hm. Oh. Okay. Das ist nicht Hölle. Das war etwas abgiss. Ah, okay. Jetzt wird anders. Ah, der ist anders. Das sieht aus der Übung, oder? Das war schon so lange nicht mehr. Ja, richtig. Oh, really? Hell. Der ist gemein. Der rückwärts springen ja immer, oder fast immer durch, ne? Rückwärts springen. Das weiß ich nicht. Der hat jetzt einfach nur so ein irres Maze gebaut, oder? Ich meine, der wie Gater haben, wäre das gar kein Problem eigentlich. Aber wir haben noch keinen. Ey, 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 ey. Das ist zumindest mal 682. Gibt es eigentlich die Möglichkeit 682 zu sehen? Ne, im ganzen Spiel eigentlich nicht. War cool, wenn er bei dem Gate B Ending den einbauen würde. Ja. Damit man richtig sieht, wie der Helikopter runterzieht. Rounder zieht. Vielleicht hat er wirklich Tentaken. Was ist jetzt hier? Keptin mit Tentaken. ICP, ist alles möglich. Ist er drin? Ja. Schaut nicht so aus. Da passiert sonst nichts. Schade. Aber wieso hat das Ding eine Batterieanzeige? Das ist noch eine installierte Kamera. Logisch. Da hast du ja recht. Müssen wir mal melden. Oder? Im Forum. Sachfehler. Wegen Sachfehler habe ich auch schon mal eine Frage über ein Quiz-Duell. gemeldet. Da könnt ihr uns übrigens mal adden. Wir heißen genauso wie unsere YouTube-Namen. Fearing und Fred HD. Die Augen drauf nehme ich mit. Ja, die Augen drauf. Und Radio. Ja, vielleicht hören wir mal den Sender. Es sind noch Batteries. Jetzt haben wir uns die erst. Davor ging es glaube ich immer ein bisschen, ne? Channel 5, ne? Also wenn wir es hören, dann merke es dir. Oder. Vist du? Ja, da muss auch die pricedoteáticas sein. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er kommt. Oh, ey komm gut. Richtig Hoffentlich hat er das Event aktiviert Hoffentlich hat er die nicht so weit auseinander gemacht Willst du da was hinlegen? Hat doch nichts Batterie Jetzt machen wir die noch Hoffentlich besetzt nicht von vorne Scheiße Das ist einfach ein richtig großes Mess WTF Wieso steht er da? Vielleicht gehts Hä? Hä war er offen? Ja da gehts nicht drüben Wo sind wir? Ah ja Geschafft Wir kommen ja nicht mehr raus Vielleicht brauchen wir für GTA eine Karte Ich weiß nicht Scheiße Ja Ich bin ganz klar Hat euch gesagt, den Code geht uns um 15 Minuten Das ist richtig verstanden So, I don't think you could make this situation any worse, no matter who it is introduced. Well, yeah, I think you're right. My call is 7816. Wir haben ja schon. Voll. Fail. Hallo. Hallo, ey, wie kommt? Nein. Oh, scheiße. Da reinlocken kann ich hin? Das kannst du vergessen. Nein, garantiert nicht. Und so bewegt es sich auch nicht. Der Maserfucker. Fuck. Oh. Abgegrinset. Acht Minuten. Da geht noch was. Ja, geht noch was. Da können wir auch noch eine Frage vorlesen. Tu das. Was haben wir denn noch? Fearing JD habe ich gerade geschrieben. JD. Start. Los. TheUltraMarkLP fragt. Geht es euch eigentlich gesundheitlich und geistig nach den ganzen Horrorgames noch gut? Keine Beleidigung, da ihr ja die geilsten seid. Das musst du jetzt auch beilesen. Ja. Ja. Ich glaube, von den ganzen Horrorspielen habe ich keine geistigen Schäden davon getragen. Nee. Tragen. Tragen. Ich merke nur, dass wir abgehärtet sind. Also am Anfang waren wir immer richtig. Ja. Bei Stränder. Bei Stränder vor allem. Gut, ab und zu ist noch ein Schocker drin. Aber wir sind nicht mehr so angespannt während dem Spiel. Ja. Nicht mehr diese Dauerschöne. Ja. Was geht denn jetzt? Achso. Crouch mal raus. Jetzt kann man so festhalten. Geht es mal da lang. Ja. Ja. Ich habe schon ein paar Musiker noch in der anderen Seite offen gelassen. Aber... Grob wissen wir jetzt, was uns erwartet. Ah ok. Auch noch scheiße. Auf die Glocke. Wir haben doch gar keine Klickart gefunden. Stimmt. Da fehlt diese Anfangsraum. Ja. Die Navi ist echt gut. Wenn wir auf die Navigator gucken, ist das bestimmt einfach so eine Matrix. Aus äh... Räumen. Aus Room 9B. Ach, Conference Room. Gucken wir, ob da... Kommen wir da rein? In die Conference? Ne. Ja, mit einer Karte. Achso. Weil da war doch letztes Mal... Ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob das so gehört, dass da mitten im Raum eine Tür steht. Wo man durchgehen kann. Alter. Kommen wir gerade zweimal nicht rausgehen, weil der Maus gerade kam. An. 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 Ah das ist kaputt. Irgendwie Flappen event negativ oder so. Okay. Dann gehen wir zurück. Und zwar immer noch immer rechts rum. Du kannst probieren ob es jetzt geht. Vertraue dem Ganzen nicht so. Vor allem ist es eine neue Version. Ja. Selbst wenn es mal funktioniert wird. Ja da habe ich einen Tätsel geschieden. Dass es jetzt nicht mehr möglich ist. Dafür wird es durchzugehen. Scheiße. Der Romanik hat. Den Raum haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wir sehen immer nur den anderen mit der Schleuse. Willst du ihn mal angucken? Nein. Wieso nicht? Weil er dann aufsteht. Das wäre ein lustiges Spiel irgendwie. Wegrennen. Der kommt aber dann von irgendwo. Ja genau. Toll. Da komme ich. Spätestens jetzt gehe ich zum Kreis oder? Ich glaube auf vier Kreuzungen. Nicht so lange ich auf der rechten Zeit wieder... Oh. Stargate. Gut. Wenn ich später mal ein Haus habe. Mit Gartenkünchen. Dann hole ich mir ein Stargate. Dann hole ich mir jetzt den Garten. Der PC haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ohne Event. Aber ich glaube wir kommen da nicht weit. Weil irgendwie überall die Events fehlen. Oder? Ja klar. Hatte ich ja gesagt. Der hat seinen größten Teil auch noch gefixt und so. Achso. Also irgendeinen Sinn müsste es schon geben in dieser Map. Scheiße. Ja okay. Das ist auch ein Event. Boah. Ich habe nicht meine Gasmaske. Okay. Das ist der Problem. Das ist kein Problem. Das ist der Problem. Das ist der Problem. Also langsam regen mich die ganzen Kreuzungen auf. Minimal aber. Stetig. Oh. Ach das ist der da. Ja selbst die haben wir doch schon mal gesehen. Auf der anderen Seite. Weil das sind wir jetzt so weit gelaufen, dass wir da auch gerade gekommen sind. Meinst du das geht im Kreis? Ja irgendwie schon. Keine Ahnung. Entschuldigung. 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 Also jetzt definitiv ein anderer Tunnel. Ja. Sonst hätte ich jetzt nichts rangehen auch. Der geht aber auch nicht. Da sind wahrscheinlich die Räume drin aber nicht das andere. Dass man runterfahren kann. Von da komme ich jetzt her ne? Don't know. Das schaut zumindest so aus. Und unser Freund ist weg. Ich hoffe er bleibt weg. Ich hoffe er bleibt weg. Konzt fast. Das war ein trockener Reizrusten. Da war er noch nicht. Ich weiß vielleicht war da auch Auswurf dabei. Oh. Gate B okay. Ich glaube die Voraussetzungen für Gate B erfüllen wir auf der anderen Seite der Map. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. Also ich hätte jetzt unglaublich gerne Navigator. Der wäre für die sind glaube ich sehr hilfreich. Und wenn wir ihn finden schauen wir drauf. Und merken uns. Ungefähr nicht mehr. Ah ne. Lassen wir das einmal. Zunächst. Das wäre auch echt böse wenn er da drinnen wäre. Weil wir ja keine Maske kriegen. Hat er vielleicht dran gedacht. Ja. Glaube ich auch. War er so knellig. Ist das jetzt der? Ja. Ist nicht der. Oh. Ist da noch drin. Okay. Da ist die Vue. Die waren die auf jeden Fall noch nicht. Das ist schon mal Kopf. Ich weiß nicht ob es gut ist. Aber wir werden die ganzen Lichter dann später zurück gehen müssen. Ist schlecht. Der ist auch nicht. Das ist ein anderer auf jeden Fall. Weil die SCPs gibt es scheinbar immer nur einmal. Da habe ich gesagt zwischen den gestorben oder? Vielleicht ist das immer Zufall. An welchem er dann erscheint. Ach so. Ach beim Ers ja okay. Ja dann wäre er jetzt halt da. Ich weiß nicht wer ist. Ich glaube es gibt nur einen Active Room. Oh bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe ein bisschen Schiss. Ah das ist. Aber man hört nichts. Alter. Was liegt denn alles? Ja die hält an Valerian glaube ich. Was war das? Das war eine Störung. Es war wie wenn so ein Monitor. Was? Siehste, wie ich es gesagt habe? Links gibt es bestimmt so wie so ein Gitter weiter. Eine Grid, eine Matrix. Da waren wir jetzt schon, oder? Was? Da waren wir jetzt schon. Bestimmt, da ist alles vorfliegen. Ja, siehste. Entschuldigung, wenn sie mich bei dieser Web nicht auskennen. Da war alles nicht zwischenzeitlich gefixt, dass es ruckelt, wenn man den Navigator offen hat. Am Anfang, als der neue Navigator kam, mit diesen Pfeilen in der Richtung, hat es dann geruckelt, davor ging es immer. Lieber hat es, glaube ich, gefixt. Oder nicht? Jetzt ist es wieder da auf jeden Fall. Wie ist dies? Also wir sind das letzte Mal da lang gelaufen, glaube ich, also über die Brücke drüber. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang? Schaut zumindest so aus. Ja, entweder kommen wir jetzt von da her, oder? Schauen wir mal. Ich glaube, da wäre ich da nicht rumgelaufen. Ja, aber da ist unten, müsste dann etwas kommen. Oder wieder mit dem Preis gehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo es uns umführt. Ja, da waren wir vorhin. Warte. So. So. Ist die Tür aufgegangen? Ja, die war. War ich hier schon mal? Oder was? Nee, 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 nee. Der war noch nicht. Auf jeden Fall von der anderen Seite. Also von der anderen kann man mich erinnern. Ich kann mich an viel solche Gänge erinnern. So einen weißen. Wollen wir noch nicht drauf. Ja. Ich würde jetzt noch ein paar Schalte sehen. Ich sage mal. Ja, da waren wir schon. Tja, wir haben uns offiziell verlaufen. Aber es ist gut. Wir wissen jetzt, dass das Gateway ziemlich oben ist. Ja, da hat es bestimmt oben genau in die Mitte gesetzt. Ja. Ich darf jetzt einfach mal wieder rum dazu. Da waren wir auch schon. WC. Ich würde gerne etwas mehr als Tommy, ne? Da waren wir noch nicht. You sure? Wenn der Navigate hat, sehen wir uns nichts an. Da kommen wir aber nicht rein. Wenn der Navigate zeigt, wo wir schon waren. Wo geht es da lang? Ich meine nicht. Dimmat müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Den Editor. Oh, really? Oh, really? Das ist großartig. Ich hab so einen Hugesee gar nicht mehr, es sind viele Kreuzungen und viele Gänge. Das ist echt für den Arm. Ich hab einen Arm. Na ja, ich guck jetzt mal hier in der Navi. Gater. Ich will jetzt runter gehen. Dann gehst du mal geradeaus oder? Und dann rechts. Ja, ich fahr. Die andere Seite machen, das ging nicht. Wo? Keine Ahnung. Mach doch mal zu. Da ist doch eine Karte. Halleluja. Erste Karte überhaupt. Kommen wir mit der in den neuen Sätzen ja oder nicht? Nein, da brauchen wir uns. Nein. Siehst du schon? Ja. Ah ja, stimmt. Kein Event, oder? Wenn er nicht drin ist. Der dürfte auch nicht drin sein. Ich hoffe so. Ich schau, alles ist offen. Das ist immer noch dieser Bugraum. Guck mal, da kann es so weiterlaufen. Das ist ein Bugraum? Achso. Cool. Okay. Richtig cool. Hä? Wieso? Achso. Ja, geh rechts, oder? Ja. Jetzt am gescheitesten. Nee, ich glaube jetzt heißt es rechts. Ah. Hat er den zweimal drin, oder? Urs, wo? Ja. Ist er den zweimal drin, oder ist es der auf der anderen Seite schon? Da wo man am Anfang links geht. Da frag mal. Da kam der nämlich auch. Echt kam der da? Ja. 100%ig. Ich hab zu wenig Stamina. Ich bin sicher, dass da wer ist. Ja. Komm mal schon mal rein. Wünschte, würde er sagen. Das stimmt, da waren wir. Da waren wir schon. Ja, im ersten Spiel. Ja. Da sind wir auf der anderen Seite gelaufen. Da haben wir ziemlich keine Augen trocken. Im Elektrikel, da haben wir gesehen, ne? Aber da konnten wir noch nicht rangehen. Ja. Scheiße. Die Karte brauchen wir da. Das ist scheiße. Das ist da. Das ist jetzt auch passend, oder? Genau. Ja. Nee, das ist der... Nee, das ist der... Nee, das ist der... Nee, gut, aber... Scheiße, Junge. Ha. Ja. Fahr ich da gerade eben? Ja. Aber Batteries kann ich mitnehmen. Ja. Ja, lass mal an. Ich bräuchte diese Gasmaske. Die Pfeile. Ich meine Stamina. Stamina. Stamina für die Künste. Wie viele Wörter schön. Fällt mir gerade so ein. Was fand ich vorhin so schön? Insertieren. Kannst du kurz rausbringen. Ja, schöne Wörter. Philipps schöne Wörter. Wenn ihr schöne Wörter habt, kommt ihr in die Kommentare schreiben. Dann sag ich euch, ob ich sie auch schöne finde. Mach ich einen Daumen hoch. Ja, das schaut ziemlich so nach... Deine Batterie ist glätet. Aber das ist in der Hüge noch. Ganz gut. Batterie Pack haben wir. Blickst du den noch durch? Komm ich von da nicht her. Ja eben. Nee, lass noch mal. Ich will jetzt in die Richtung, will ich jetzt. Rechts. Oh, geht nicht. Jetzt müssen wir jetzt doppel rechts. Geht auch nicht. No grip, mach mal. Scheiße. Aber ist verpasst. Jetzt geht es ja die ganze Zeit gerade aus. Jetzt gemacht. Da geht es rechts. Und dann auch mal. Heieiei, jetzt hockt er aber drinnen. Ja, hockt er aber drinnen jetzt. Was ist der? Vielleicht doch zwei davon. Ja, das hätte ich mal vorne hoffen, glaube ich. Also, im ersten dürfen. Ja. Oh, oh. Bastard. War da ein? Der war da eins. Ich glaube ich kann. Nein. Ich muss jetzt warten. Bis die Augen aufhören. Dann schlopfen aus. Wusste gucken, wie hätte ich sagen, ich fliegen kann. What the fuck? Ist aber ganz schön schnell unterwegs, so. Darf er das? Schwindigkeits-Überschreitung. Überschreitung. 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 Ah, wir lock ihn da rein. Ah, da müssen wir jetzt mal um die Ecke. Rechts an die Ecke, ja. Ja, wir müssen mal... Wo komm ich her? Wo komm ich her? Keine Ahnung. Kommst du da her? Nö. Jetzt musst du links rum, oder? Dann würde er gerade auslaufen. Wobei es jetzt eh egal ist. Vollkosse. Glocke in Gelatine. Schaut's. Ich glaube im Moment würde er von diagonal rechts hinten kommen. Geh ja... Ah, ja. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Genial. Ah, das sind wir... Ne, ist der Anfangsraum. Das sind wir nun... Oh, der hat den... Der hat den Contained, aber geh wieder weg da. Der hat eine Waffe auf mich gerichtet. Aber warum hat der denn da Contained? Ne, aber da starten wir schon. Da starten wir. Ja. Den Raum gibt's ja, diesen anderen. Das ist jetzt der Startraum. Ja, den, genau. Den gibt's nicht. Den gab's vorhin. Da gibt's eine Karte. Aber die ist auch nur Level 1. Da kann man trotzdem... Aber heute den gibt's. Ja. You put on the gas mask. So, wir machen progress. Wir progressieren. Auf jeden Fall. Guck mal den Neff. Den Poke-Navigator. Kennst du den noch? Ich hab's irgendwo den Poke-Navigator. Der Poke-Navigator. Ich kenne auch den Poke-Dex. Da gab's noch keinen Poke-Navigator. Wie ist das bei Gold und Silber? Da war's der Poke-Navigator, oder? In Gold und Silber schon? Nein. Der Poke-Navigator war's schon später, glaube ich. Silber war noch die beste Edition, finde ich. Wo gerade die neuen Pokemon dazukamen und eine neue Welt. Und das war's dann auch. Genau, Vigato. Ja, der ganze... Die ganzen tausend Pokemon... Poke-Com! Stimmt, der ist Poke-Com, gell? Poke-Com. Ich aber schon bei Gold und Silber. Ist das jetzt schon wieder der Raum? Ja. Was ist da heute für ein Pokemon? Vor allem der Anteil der Pokemon ist jetzt einfach unüberschaubar. Das ist einfach tot. Pokemon ist tot. Ja. Außerdem hat er in der Poke-Song seine Gültigkeit verloren. Und da gibt's ja diesen Song mit den 100... Oder die 150 Homs. Aber... Da müsste es doch eigentlich durchgehen, oder? Da ist halt dahinter einfach noch ein Raum. Nichts ist schön realisiert. Scheiße, ich hab keinen Plan mehr, wo ich bin. Mach suicide. Von der Zeit her wird's eigentlich reißen. Wir wissen doch gar nicht, wo wir jetzt noch hin müssen. Ich brauch 914. Wer ist denn überhaupt da? Bis jetzt haben wir die nicht gesehen. Was machst du denn? Ja. Es ist natürlich sinnvoll erstmal aufzumachen. Push the... Motherfucking... Ah, liebe Leute. What are we dreaming? Die Glocke. Aber mit 1 kommen wir bestimmt nicht weiter. Man. Mit 1 kann man gar nichts machen, ey. Da kannst du die ja sonst wo rein schieben, ey. Aber nicht in den Türschlitz. Da war ich doch am Anfang schon, oder? Ja. Das ist der Raum, wo wir wirklich starten. Kommen wir jetzt da hin. Dieses Eck. Ja, klar. Da müssen wir halt jetzt noch eins geradeaus, dann rechts sind dann noch eins. Ja, da ist die Glocke. Aber muss man dann durch die Glocke durchgehen, oder was? Wahrscheinlich. Da ist doch diese Seitenhunde dann durchgebrochen. Ja, scheiße. Ja. Ja, aber da sind wir ganz am Anfang schon immer rechts rum gegangen. Geht da lang. Ja. Dann nehmen wir geradeaus. Vielleicht. Wir sehen ja, was noch nicht erkundet wurde. Nehmen wir geradeaus. Ich schau nochmal irgendwas mehr. Wollen wir schon was sehen? Wollen wir doch nicht? Doch. Das hat jetzt auch contained jetzt die Spannung. Bleibt weg. Ja. Ja, den schwarzen gibt es noch. Hey! So. Ah, ich habe jetzt über zwei. Ja, aber pass auf. War nicht so schwer. Weil es auch was beeinflussten kann. Mann. Ja, du kannst es schon. Komm mal hin. Da noch zwei sogar. Ne, eins. War mal wie klippig. Ähm, den da. Die Augen, ne die Augen tropfen, die machen einen kaputt. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die Maske geht. Die so ein bisschen... Im Chainflug steht, dass sie... dass sie es gefixt hat. Ne, ich meine, weil die so ein bisschen... Ach so, ja, aber... auf der Wand war. Ja. Navigate hast du auch gemacht, ne? Ja, aber die Maske funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Ja. Oh, das sieht mir so wenig. Das ist 096. Oh fuck. Ja. Also da haben wir jetzt gerade geschaut, ne? Enten. Richtig. Ja. Da war ich gerade. Geht's da nicht weiter? Ah, ne, da war gar... Ne, jetzt müssen wir zum Electric, oder? Ja. Scheiße. Okay, der war da, glaub ich, ne? Wie du sagst. Keine Ahnung. Das ist der Anfang, ja. Ja. Ich glaub, jetzt machen wir Progress wieder. Oh yeah. Leute, die Glocke. Das war nicht. Tu es! Auf die Scheißmaske weg, da siehst du auch nichts. Na, ich muss das jetzt schauen. Oder den brauchen wir nicht mehr. Und die Mastercard vielleicht? Die kann auch noch irgendwie einen Spaß haben. Ja, die Batterien auch. So, erzähl mir nicht, was da ist hier. Mach jetzt bitte mal die Gasmuskel weg. Oh yeah. Komm, komm. Ja, ja. Yeah. Nice. Scheiß. So. Woah. Ich bin schon wundern, wieso der von alleine da hinschaut. Hat er echt da alleine hingeschaut? Cool. Soundschirm inzwischen. Kann ich auf den Monitor gucken. Das ist verziert. Ja, da sieht man auch was anderes jetzt, oder? Da sieht man nicht mehr den Typ. Ach, das ist das Ding. Du bist gebückt, oder? Ja. Damit ich da gucken kann. Ach, das ging dann. Ja. Wie gestört. So. Manual Reboot. Off. Hä? Ja. Off muss es sein. Jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen, oder was? Nein. Ich muss 10-4 Uhr breken. Du saddest. Du willst unbedingt auf den Bildschirm schauen. Wenn die Wand dazwischen ist, dann ist der Bildschirm normal. Jetzt sieht man SCP 895. Schau, wo die Wand dazwischen ist. Dann ging es. Das ist schon ein anderes Team. Die Musik meinst du? Ja. Nee, vielleicht nicht. So, alles contained, was gefährlich werden könnte. Jetzt gibt es noch ein paar HV-Fox. Ja, oh ja. Oh ja. Jetzt habe ich es noch nicht lang. Da geht es lang. Ich denke. Sonst wären wir da vorhin schon direkt lang gegangen, oder? Ja. Damit die Wand dazwischen. Oder könnte es dicht haben. Ach so, ja. Im kurzen Moment dachte ich auch, jetzt ist es vorbei. Okay. So, was machen wir hier? Das, irgendwas. Das ist aufs Eck, wo du hin wolltest. Nochmal? Nochmal. So, Episode 3 mäßig. Nochmal. Der da, okay. Nein, ich glaube du hast ihn aktiviert. Jetzt habe ich ihn aktiviert. Naja, ich habe ja sonst keine Gefahren mehr. Jetzt ist er released. Okay, zurück. Ich muss echt mal gucken, ob er das in der Config vielleicht ein klein bisschen klar machen kann. Da war nichts. Was war da? Da war nichts drin. Ah doch, doch. War sogar zweimal da, aber an den kommst du ja nur hin, wenn du den anderen findest. Das ist ja ein Geschmack hier eigentlich. Irgendwie schon. So, jetzt haben wir Halus und dieses Insekt, ne? Richtig. Aber Halus hat ihn schon. Ja, nicht mehr. Alle 15 Minuten, oder? Aber du könntest die Gasmaske wieder runter holen. Ich mag das nicht. Ja, aber dann kann ich das erinnern. Ja, da sieht doch keiner was. Nicht hier genug. Ja, aber die Leute im Video nicht. Das Video macht ein Fehler. Wir müssen uns jetzt sehen. Er ist ja glücklich. Oh, jetzt zieht er ihn mal rechts. Der geht ja nicht. Oh. Oh. Nächster. Mit der Masken geht's halt auf jeden Fall schneller. Sterben. Ja, wenn du sterben bist, halt vorbei. Ich glaub wir schaffen's diesmal. Schaut doch fast gut aus. Oh, da kann ich das nicht mehr tun. Alter. What the fuck? Oh, die drüber. Nein. Wirklich. Ah, mach da. Wenn das jetzt geht, Alter. Nice. Ich dachte wieder. Ansonsten nicht. Ich hätte jetzt genug geklebt, Alter. Oh. Really. Don't fuck with me. Die Map ist kaputt. Electrical. Don't fuck with me. Junge, von dem, die nicht kommt, du musst das Event fixen. Weil jetzt kennen wir die. Obwohl. Kennen wir die Map jetzt? Äh, lass mich überlegen. Wir müssen es auf jeden Fall mal anschauen. Aber das Event fehlt. Alter. Das gibt's noch nicht. Da kommen wir nicht weiter. Nein. Ja, bei dem hättest du noch einen Console-Command benutzt. Ja, einen Console-Command, aber mit Console-Command hat das Event glaube ich nicht. Da kommen auch ich weiter, ne? Shit. Aber ich muss halt die Dock-Control aufmachen, damit ich mit dem SCP-79 interagieren kann. Gibt's da einen Command für Gate B öffnen? Nein. Ist egal. Komm. Ist vorbei. Hier gibt's. Wireframe. Wireframe. Also ein Wireframe. Was ist das? Wireframe ist doch bei einer Kamera, oder? Wireframe ist ohne Textur. Also dass du quasi nur die Polygonen haust. Ahhhh. Das ist es. Das brauchen wir nicht. Ja. Schade. Kann man nix machen. Schon wieder so langes Gameplay. Mh. Mach mal noch mal Namen. Ja. Was soll man dazu sagen? Gute Map, aber leider ohne... Die Map war echt interessant. Ein bisschen einschwindig, weil es zu viel Mace war, aber dadurch war es ja zumindest anspruchsvoll. Ja. Aber ohne Navigator hast du glaube ich keine Chance. Ne. Und ohne Events auch. Ja. Zumindest so konnten wir uns orientieren. Oben ist Gate B und dann ist der Anfang und rechts ist der eine Weg mit der Glocke und so weiter gewesen. Und der Electric Room war weiter rechts und links war halt eben... Was war da nochmal? Ne. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube der Computer war da. Irgendwann dann hingemusst. Hätten. Ich glaube der war so ein bisschen oben links. Oben links. Ja stimmt, hatte ich auch noch in Erinnerung. Ja. Ja gut. Dann schicken wir uns nochmal Zuschauerfragen. Letztendlich wie ich schon gesagt, aber nochmal als kurze Erinnerung. Ansonsten? Wann war's das für heute? Ja. Wann war's das für heute? Heute war's das mal wieder. Liken? Hier unten? Da irgendwo? Subscribe ist da. Ja man muss ja vorstellen unter uns ist das Video. Also du musst quasi so und dann noch durch das Video durchgehen. Ja. Also so ziemlich unter mir irgendwo. Weiter unten ist der Like Button. Und da. Subscribe. Da wo der Daumen hoch ist. Ja gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schauen wir uns an der Stelle ab. Soll ich jetzt noch jeuera. Bis zum nächsten Mal. Soll ich wieder's aSNSie dunkel.